Wir müssen irgendwoher einen Spiegel bekommen, damit wir uns umziehen können. Wir müssen uns mal einen Spiegel kaufen. Das ist ein Spiegel. Der kostet 200. Wir müssen gucken, dass wir rechtzeitig zur Arbeit kommen. Wir haben Spiegel gekauft. Juhu. Jetzt können wir uns mal hier... Oh, was? Mein Luchs. Eine Bulle habe ich mir gekauft. Ach, das sind die Brüllen-Avatar. Jetzt können wir so ein Avatar kaufen. Okay. Magical Director. Boss. Die Brüllen-Karte haben wir gekauft. Okay. Ich bleib bei dem erstmal. So, damit wir uns auf zur Arbeit. Wir sind schon spät dran. So, Quote für den Tag. Zwei Menschen müssen sterben. Egal wie, zwei müssen sterben. Da sind noch eine Menge auf dem Tisch. Discrimination in the Industrial Foyers. Ich weiß nicht, was in der Welt so los ist. Okay. Okay, dann schauen wir uns mal den ersten an. Leo Bojarski. 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 67 Jahre alt. Politiker. Wie es aussieht. Wie es aussieht. Politik. Vorher aus. Relaxing the Government. Meddling. Das ist im Markt. Okay. Ja, ein Politiker. 67 Jahre alt. Der genießt in der Politik zu sein. In der Regierung zu sein. Regierungspolitiker. Ja. Wir können uns gleich noch die anderen anschauen. Wir schauen uns erstmal alle an. Und dann entscheiden wir. Da haben wir einen Airplane Pilots. Heute gibt es keine Vorgaben, dass wir irgendjemanden von einem bestimmten Beruf töten. Airplane Pilots. Okay. 47. Klumber Hunter. Er ist verheiratet. Hat fünf Kinder. Ähm. Einer hat. Es ist ein guter Pilot. Hat Frauen und Kinder. fünf kinder haben wir hier filmmaker 59 axel hat schon mal einen oscar bekommen für den film ok innovativ und so weiter hat schon gute filme gemacht ist gar nicht wenn ich über ihrem job da haben wir in ihr cesare julianus unemployed arbeitslos 48 und dann ein voller haben wir hier sei gerüst super duper mann 55 willkommen in der community in der community danke für den folgen wir haben hier den unemployed 48 jährigen gleich lang ist scheinbar raucher ist ausschaut welche das richten zwischen den zeilen ausleger ja ok ok dann haben wir hier raser gilroy 63 priest priester will ich das richtig übersetzer zwei hier müssen wir zwei hier müssen heute sterben open-minded ok von tumors philosophiker kritik ok 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 dapet voll amort religion in general general suspicius of the fundamentalism dogma creeping into theorie ok habt auf nicht gelesen und verstanden ok dann fangen wir mal hier von vorn anfang mal mit dem politiker an 67 jahre regierungspolitiker genießt es an der regierung gut zu sein in der regierungspartei zu sein würde man sagen ausrufzeichen das leben ausrufzeichen kill in den chat ab jetzt was soll es sein entscheidet oder entscheidet nicht das sind meine zuschauer so habe ich euch erzogen nicht das ist aber bei den anderen etwas schwerer wenn ich immer den regierungspolitiker umbringen soll ich euch eigentlich nicht erzogen was ist nicht töten nein wütend sein ja keiner aber das ist doch nicht nein töten müssen wir noch nicht wir legen erstmal zurück auf den toten haufen legen wir drauf auf den töten haufen jetzt haben wir hier eine tapferen pilot 47 fünf kinder und frau überlegt euch gut ist ein guter pilot sehr tapfer und sehr ist ein veteran hat sehr gute arbeit geleistet zwei müssen wir töten zwei müssen wir behalten im hintergrund entscheidend weise los geht's kill oder das leben jetzt ist den wird dann nicht den beste leben lassen 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 uns das zeit vorstreichen das leben der kommt auf den lebenshaufen so nahmen wir hier wager priester 63 ich habe das hier gelesen fundamentalist dogma suspicious auf der ja das ist open-minded aber so ein bisschen suspicius der so ein bisschen verdächtigt der fundamentalistischen sache der ist so ein bisschen schon ein bisschen angewöhnlich zu betrachten so leben oder tod machen wir es kurz aber den chat damit wie entscheidet ihr durch den delay ist es eventuell ein bisschen knapp mit dem wohnen aber kriegt doch schnee 30 sekunden zeit muss reichen da passe ich ok keine entscheidung genau das wird das ok dann legen wir den erst mal in der mitte da weißt du nicht ok dann haben wir ja axelia luke 59 filmmacher filmmacherin hat einen oscar bekommen hat wie es ausschaut ist hat großartige filme gemacht ja ähm ja let's go ausrufezeichen das leben ausrufezeichen kill das rote buch ist offen oder einfach nichts machen dann kommt es auf den neutralen Haufen und ja leben lassen soll ich es ok auf den leben lassen hoffen dann haben wir den letzten jahr wir müssen heute zwei killen zwei denkt dran zwei müssen wir killen einer haben wir es noch dann haben wir zehn sache julianus unemployed arbeitslos ähm raucher wie es ausschaut black lang steht hier hast du das denn hier an age ok medical pension ok das ist doch ähm er wüssts let's vote wird dann leben lassen oder wird dann töten einen müssen wir noch entscheidet weise okay den arbeitslosen und den politiker den regierungspolitiker der sterben soll er auf den sterben haugen auf mit ihm was machen wir mit ihm jetzt hier können wir noch mal abstimmen was machen wir mit ihm wir stimmen wir stimmen doch mal ab razer gilroy er ist schon freigestellt ich to be or not to be priester fundamentalist das leben ok wir müssen uns entscheiden das ist ganz erstmal kannst du letztendlich müssen wir irgendwie ich bin mal gnädig wir haben ja schon zwei genau merken aber es ist ja ok dann steht es fest ich mache was der chat will der regierungspolitiker und obdachlose so pensum fördert erreicht dann dass man hier leben und du bleibst auch leben so zack schließen wir den tag ab wir sollten uns erstmal bezahlen lassen gehen oh da gibt es einen kalender wie fühlt ihr euch keine chat mehr machen wie fühlt ihr euch wie fühlt ihr euch wie fühlt ihr euch 3er tag 3er tag 3er tag 3er tag 4er tag 4er tag 4er tag 5er 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 tag 6er tag 6er tag 7er tag Ich habe mal einen Fehler gemacht. Hm, in Ordnung. Habt ihr gute Arbeit geleistet. Das ist wirklich nichts anderes zu sagen. Ihr könnt gehen. Bis morgen. Hat jemand auf die Uhr geguckt? Wie lange wir hier schon spielen? 500 haben wir. Ah, für den Kalender fehlt uns das Geld. Hm, ja, sparen wir lieber noch. Ansonsten würde ich jetzt hier mal schlafen gehen und den dritten Tag beenden und das dann jetzt fürs Livestream. Ich hoffe, wir spielen schon eine halbe Stunde. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Sonst würde ich das mal hier beenden. Ich würde auch noch etwas anderes spielen. End the day. Ah, haben wir schon. Okay, der nächste Arbeitstag. Und was passiert denn hier unten? Läuft auch jemand durch die Bibliothek? Können wir noch nicht hin. Ist dann später noch in der Bar? Ah, dann können wir hin. Wir müssen das Ticket mitnehmen. Dann können wir runter an den C. Wollen wir noch weiterspielen? Oder Bock auf was anderes? Schreibt mal in den Chat. Ausrufezeichen weiterspielen. Ausrufezeichen aufhören. Seid schon geübt. Ist schon geübt. Starten wir noch einen Tag. Ich bin schon ein bisschen müde. Okay. Ich habe einen Kaffee im Tuss. Neuer Flieger. Wollen wir noch ein Wunschkonzert machen? Wie kostet das zu viel? Müssen wir noch einen Tag arbeiten. Das Geld zu bekommen. Ich bin einfach am Durken. Okay. Danke für den Durk. Also spielen wir noch ein bisschen weiter, oder? Oder habt ihr noch? Wollen wir noch ein Wunschkonzert machen? Da gibt es noch groß. Da habe ich noch eine Abstimmung zu gemacht. Ähm. Vorbereitet. Da könnt ihr noch auswählen. Zwischen Edna bricht aus. Habe ich noch zur Auswahl. Edna bricht aus. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm. Den Lightmares. Ähm. Dann. The Night of the Rabbit. Und. The Inner World. Das würde ich zum. Die vier Spiele würde ich zum Voting stellen. Wenn wir das noch wollen. Ähm. Haben wir heute Bundesprogramm. Es ruft sich ein weiterer Tag. Ihr wollt weiter spielen. Okay. Einen Tag können wir noch machen. Den vierten Tag können wir noch machen. Vielleicht können wir danach noch. Wenn dann noch. Und dann Simpli noch wach ist. Können wir dann auch. Hä. Oder noch machen. Schadet nicht. Okay. Let's go. Dann kannst du auch müde sein. Dann kannst du. Wenn wir dann was anderes spielen. Mussten nicht mehr mitentscheiden. Mussten nicht mehr arbeiten. Mussten nicht mehr arbeiten. Ich glaube die Münzen packen wir erstmal hier rein. Ich weiß nicht ob wir die mitnehmen sollen. Oder. Extra Geld oder was bringt das. Das ist wenn wir einen davon mitnehmen. so. Ähm. Hier erstmal auf Twitter nachgucken. Das sind die Auswirkungen. Das sind die Auswirkungen. Der Tote ist jetzt gestorben. Das sind die Auswirkungen. Der Tote ist gestorben. Drei Leute müssen wir sterben. Lassen. Drei Leute müssen sterben. Und wir haben nur fünf. Wird schwierig heute. XXL Part. Ja. Oder der nächste Part. Wie es halt schneiden. Konni Sakkari. 23. Arbeitslos. Docked out. Hat die Highschool abgebrochen. Bekame Filmstar. Okay. Ah okay. Sie ist Filmstar gewonnen. Hat dann keine Rolle mehr bekommen. Und ist dann arbeitslos geworden. Okay. Was haben wir hier zur Auswahl? Haben wir hier. Job Bink. 65. Retired. Is tanked from their graduate life. A dead heart to perform while doing wrestling. Okay. Verstehe ich nicht ganz. Drei müssen sterben. Immer im Hintergrund behalten. Das wird schwierig langsam. Okay. 18. Student. Okay. Er ist fasziniert von schwarzen Löchern. Er erforscht. Er möchte schwarze Löcher erforschen. Das 18. 43. Freddy Osborne. 43. Unemployed. Also arbeitsloser Poet. Homeless. For a long time. Da war noch abdachlos. Okay. Jetzt ist er Poet geworden. Grim, I was watching you. Should mark this profile to live. Okay. Faith will ihn am Leben behalten. Erwerbsloser Poet. Fade würde es uns übernehmen, wenn wir ihn töten. Fade beobachtet uns. Accountant. Unser Chef mag ihn. Accountant. Diner ist 27 Jahre alt. Ok. Fangen wir hier vorne an mit ihr arbeitslose Schauspielerin. Sie war mal berühmte Schauspielerin. Sie hat die Schule abgebrochen. Sie wurde dann rausgeschmissen. Sie hat keine Rolle mehr bekommen. Sie ist dann arbeitslos geblieben. Stimmt mal ab. Jetzt können wir ihn lieben lassen oder killen. Leben lassen. Durch drei müssen wir umbringen. Alle drei müssen. Wir können noch mehr killen. Wir können noch alle killen. Aber dann kriegen wir Ärger mit dem Boss. Nehmen lassen. Ok. Dann kommt er erstmal hier auf den. Leben lassen. War hier. Leben lassen. Auf dem linken Haufen. Ok. Dann er hier. Job. Bink. 65. Retired. Was auch immer das heißt. Ok. Was soll ich mit ihm tun. Let's go. So. Und töten sie mal hin. Alles klar. Simpli macht hier gerade sogar mit. So. Und der hier. 27 Accountant. Was. Denot tax law by house. Und always make. Schuld. Ok. Takes this. Eine brave Bürgerin. Die großartig ihre Steuern zahlt. Na. Let's go. Votet. Votet. Votet pensioniert. Votet pensioniert. Ok. Ok. Die brave Steuern zahlender Accountant. Wollte sterben lassen. Dreier müssen wir. So. Hier haben wir Matthias Umliam. 18 Jahre alt Student. Möchte später mal. Wenn er denn das hier überlebt. Möchte er mal irgendwann mal schwarze Löcher untersuchen. Wissenschaftlich. Begeistert scheinbar. Ja. Ähm. Let's go. Leben lassen. Sterben lassen. Ihr habt die Wahl. Den jungen Studenten am Leben lassen. Wollte. Ich lasse die Zeit noch verstreichen. Falls noch jemand im Chat ist. Und schnell noch. Will. Und vorbei. Auf den Lebenshaufen. Und dann haben wir den letzten. Von dir ausbauen. 43. Unemployed. Er ist ein arbeitsloser Poets. Ja. Fade würde es uns übernehmen. Wenn wir den markieren würden. Da kriegen wir Ärger mit dem Boss. Überlegst du wohl. Simpli. Wir kriegen Ärger mit dem Boss. Wir kriegen Ärger mit dem Boss. Wir müssen drei töten. Aber Ärger mit dem Boss. Er mag ihn. Er macht ihn. Er sieht uns zu. Er sieht uns zu. Da kriegen wir Ärger. Also. Entscheid dich weise. Let's go. Leben oder sterben. Lass leben. Ja. Behalte das im Hintergrund. 3 humans have to die. 3 humans have to die. Wir müssen 3 umbringen. Wir können uns bei jemandem umentscheiden. Können wir machen. Müssen wir vielleicht auch. Oder wir machen es einfach so. Wir lassen 3 am Leben. Wir töten nur 2. Können wir auch eher mit dem Chef. Guck mal den nochmal. Conny. 23. Arbeitslose Schauspielerin. Wollen wir uns bei dem nochmal umentscheiden. Let's go. Ihr habt die Wahl. Du hast die Wahl. Ausruft sich in das Leben. Ausruft den Kill. Verstehe. Dann mach ich was der Chat sagt. Heute kann ich mal noch die. Heute kann ich nochmal die Verantwortung auf den Chats übertragen. Heute kann ich nochmal den Chat. Heute kann ich es nochmal auf den Chat schieben. Wenn ich das beim nächsten Mal. Ohne Chat mache. Ohne Stream. Bin ich selbst dafür verantwortlich. Na dann. Du stirbst. Du stirbst. Und du gehst sterben. Dann haben wir unsere 3 Toten Pflicht. weiter. Und. Hier können wir kritzeln. Okay. Den lassen wir am Leben. Den lassen wir auch am Leben. damit unser Chef am Leben ist. So. Drei getötet. Sehr gut. Na naja. Sehr gut. Let's go. Das ist unsere Entscheidung. Prof spielt. Re-Out-Chat. Hi Chef. Grimm. Grimm. There you are. Let us be quick. All the profiles are here. Just as requested. Excellent work. And one is good. You even adhered to my little test note. I commend you for exhibiting vigilance. I am beginning to sense a tinge of pride growing within me. I did not expect you to turn out such a good and dedicated Reaper. If you keep this up, you will get far. You may be even promoted to a middle manager. Oh, we werden befördert oder was? I am quite busy tonight. So you can go. Until tomorrow. Grimm. Sonst wurden glaube ich nur ne, ne. Beförderung in Aussicht gestellt. Wir wurden noch nicht befördert. So, wir haben 300 Münzen bekommen. Kommen jetzt auch in die Bar. Haben wir das Rote mitgenommen? Ne, können wir glaube ich noch nicht. Das können wir später wahrscheinlich noch. Hallöchen. Können wir uns jetzt die Fliege leisten? Ja, können wir. Sehr schön. Neues Outfit. Ne, Leute. Charaktere. Kaktus. Google. Später noch. Neue Anzüge oder was? Okay. Minus 700. Ja, wir geben unser Geld hier gleich aus. Neue Charaktere. Neue Anzüge oder was? Ne, sieht nicht so aus. Ah doch. Das sind die Fliegenanzüge, die wir jetzt hier gekauft haben. Sieht ganz danach aus. Hat sich nichts verändert. Ne, die Fliegenanzüge haben wir jetzt. Was? Den hier, den hier, den hier. Oh, hübsch. Ich weiß, mein Schwanze, das sieht elend aus. Das finde ich gar nicht schlecht, Pineapple XT, der Rote gefällt mir auch nicht schlecht. Unchangel heisst er, Oldtimer XT, Pineapple XT, Manny heisst er, Business, was hatte ich denn die ganze Zeit an, hat hier den Just Another Job an, soll ich mal den Manny nehmen, das ist gar nicht schlecht. Ich nehme den Hot Drug, das sieht gut, warum nicht. Der Rote Anzug. Gut, gehen wir schlafen, beten wir den Tag. Gut, na dann, ich würde es mal sein lassen für heute, für den Stream. Spielen wir wann anders weiter, im Let's Play dann in der Aufnahme oder vielleicht irgendwann mal im Stream, vielleicht weiß ich nicht, ob ich das machen will. Spiels dann auch in der Aufnahme einfach ohne Stream vielleicht weiter. Ja. 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 Ähm. Ja. 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 Ja.